Okay, ihr trainiert richtig hart, ihr seid technisch richtig gut drauf, aber trotzdem merkt ihr beim Sparring oder sogar im Kampf, dass es da Momente gibt, wo ihr denkt, ich kriege keine Luft mehr, ich bin völlig fertig, ich kann überhaupt nicht mehr. Dass das nicht unbedingt immer mit der Fitness, also eurem Herz-Kreislauf-System zu tun hat oder eurer Bewegung, eurer gesamten Ausdauer, sondern dass das ganz viel mit der Atmung zu tun hat, das erkläre ich euch jetzt. Ich sage jetzt was ganz Banales, eine der wichtigsten Sachen im Sparring ist es oder im Kampf ist es, zu atmen. Das hört sich erstmal total banal an und man sagt sich ja, natürlich muss ich atmen, sonst kriege ich ja keine Luft, aber genau das wird oft vergessen. Wenn ich der Körper oder unser, wir sind so, wenn wir uns auf irgendwas total fokussieren, dann vergessen wir oft andere Sachen. Und wenn ich gerade dabei bin, einen Angriff abzuwehren oder ich starte selber eine Aktion, ich mache gerade einen Takedown, bringe ihn zu Boden, versuche mir die Mount zu erobern, dann kann das so intensiv sein, dass ich vergesse zu atmen. Dass dann die Aktion vorbei ist und ich während der Aktion nicht geatmet habe. Dann entsteht eine Sauerstoffschuld. Probiert das mal aus, geht mal joggen und haltet einfach mal 10 Sekunden die Luft an. 10 Sekunden die Luft anhalten beim Joggen wird euch sofort in dieses Gefühl versetzen, dass ihr vielleicht aus dem Sparring kennt. Wenn das so ist, dann habt ihr schon mal so eine Grundidee, warum es so sein kann, dass ihr beim Sparring komplett mit eurer Kondition runter geht. Weil ihr einfach vergesst zu atmen. Dieses Thema wird oft in den traditionellen Kampfsportarten, da wird es so ein bisschen klar gemacht. Da macht man ja halt bei jedem Faulstoß oder bei jeder Technik schreit man das irgendwie aus, durch irgendeinen Schrei. Im Grunde genommen ist das ein Ausatmen. Und wenn ich bewusst ausatme, dann atmet der Körper auch unbewusst wieder automatisch ein. Also ist das Ausatmen manchmal wichtiger als das Einatmen. Das heißt, versucht euch bei jeder Technik bewusst zu machen, dass ihr ausatmet. Wenn ihr das immer macht, auch beim Takedown, auch bei größeren Techniken, aber auch, wenn ihr euch verteidigt, wenn ihr das macht und bewusst an eure Atmung denkt und auch im Kampf bewusst denkt, okay, jetzt ist so ein bisschen Ruhe, wir stehen voreinander, wir taktieren, bewusst zu sagen, ich atme tief aus, dann füllen sich auch die Lungen wieder mit frischem Sauerstoff. Also dieses bewusste Atmen spielt eine ganz große Rolle. Und das kann sein, dass das der Grund ist, warum ihr total einbricht. Es entsteht oft die Frage, was besser ist, Nasenatmung oder Mundatmung. Im Grunde genommen ist das total einfach. Das entscheidet ihr überhaupt gar nicht. Wenn ich nachts im Bett liege oder ich gucke Fernsehen oder so, dann ist mein Puls ganz unten und ich bin total entspannt. Und dann atme ich ganz automatisch durch die Nase. Die Nase hat natürlich kleinere Löcher, der Mund hat größere Löcher. Das heißt immer, wenn ich mehr Sauerstoff brauche, wenn ich mich mehr bewege, dann reicht irgendwann die Nasenatmung nicht mehr. Dann muss ich durch den Mund atmen, um genug Sauerstoff zu kriegen. Und das ist bei jedem vollkommen unterschiedlich. Wenn jemand noch nie in seinem Leben Sport gemacht hat, dann geht der einmal zum Kühlschrank und muss vielleicht schon durch den Mund atmen, weil er vielleicht schweres Übergewicht hat, völlig unsportlich ist und das ist für ihn schon eine Anstrengung. Ein anderer steht im Sparring oder im Kampf voreinander. Man macht so eine Art Schattenboxen, man ist also noch nicht im Kampf, man taktiert und er atmet immer noch locker durch die Nase. Wie gesagt, ihr sucht euch das gar nicht aus. Der große Fehler, den man oft hört, ist zu sagen, beruhige dich, entspann dich und atme durch die Nase im Kampf. Das wird nicht ausreichen. Auch hier wieder das Beispiel, geht joggen, erhöht eure Geschwindigkeit. Irgendwann werdet ihr merken, ihr müsst durch den Mund einatmen und dann macht mal bewusst den Mund zu und atmet nur durch die Nase. Das grenzt dann irgendwann schon an so eine Panikattacke, weil ihr dann den Mund aufreißen werdet, um zu atmen. Ihr werdet euch nicht dagegen wehren können. Und diese Tipps, Nasenatmung ist besser als Mundatmung, ja, beides hat seine Vor- und Nachteile, aber letztendlich müsst ihr durch den Mund atmen, wenn eure Ausdauer es nicht weiter zulässt. Und gerade wenn ihr in einem Wettkampf seid, wo Adrenalin eine ganz große Rolle spielt, da wechselt ihr viel, viel schneller zur Mundatmung. Also Fazit ist, denkt an eure Atmung, während der Aktion, atmet aus bei Aktion und wenn ihr Ruhephasen habt, atmet tief aus dem Bauch aus. Macht das ganz bewusst und das wird euch viel mehr Energie schenken. Und ansonsten Mund- oder Nasenatmung, atmet so, wie ihr am besten und am meisten Luft bekommt. Das ist ganz individuell und das könnt nur ihr selber in der Situation entscheiden. Und das hat auch nicht unbedingt damit zu tun, dass ihr zu wenig Ausdauer habt. Okay, wenn euch das gefallen hat, ich habe noch ein Video zum Bereich Atmung und da geht es um Atmung und Stressabbau. Das ist jetzt nicht so ein esotorisches Gedönse, sondern das ist rein faktisch, das hat ganz viel damit zu tun, wie unsere Atmung funktioniert und wie die auf unseren Körper wirkt, auf unsere Hormone und unsere Ruhe, die wir dadurch erzeugen können. Das ist ein ganz spannendes Thema. Wenn ihr also nervös seid, vor dem Sparring oder vor dem Kampf, dann gibt es einen kleinen Trick, mit dem ihr das Ganze recht gut in den Griff kriegen könnt oder euch zumindest beruhigen könnt. Wenn euch das interessiert, hier ist das Video. Zieht es euch rein. Ansonsten jeden Mittwoch 16 Uhr ein neues Video für euch.